Wir sind so auf... Ne, warte mal, Bot muss beim Red aufpassen, wenn, ne? Ja, Janik. Lass doch einfach den in den Scheiß lassen und dann ist gut. Alles klar. Dieses Spiel wird aufgezeichnet. Sollten Sie ein Problem damit haben, bitte wenden Sie sich an. Keine Ahnung, weil es bringt eh nichts. Echt? Wo stand das? Na, das sage ich jetzt einmal so. Was ist so? Einfach so, weil ich es kann. Was ist mit Masu? Wieso sagt er nichts? Weil der am Telefonieren muss. Bitte alle beim Blue Elfen danke. Ja. Paddy, Mitte. Sillion. Okay, ich bin mit dem... Ist Masu heute im AP-Rausch, oder was ist los? Ich. Ich, oder was? Ich. Bist du Masu? Der telefoniert doch, der hatte ich doch eh nicht. Trotzdem, das ist mehr so eine allgemeine Frage. Jetzt muss ich mit dem Random-Tipp hier spielen. Ja. Geilsten Tanz. Das Tempo dieser Zeit ist hängende Kleinigkeiten. Hetzko macht das hier mal ein bisschen spannend, sonst... Leute, ich habe schlechte Laune aus dem ersten Spitz jetzt in dem Game. Oh. Ja, wenn man mit einer Freundin telefoniert, die ist nicht scharf, dass ich nächsten Monat mehr arbeiten muss. Oh, oh. Oh, oh. Das kenne ich, das kenne ich. Ah, oh. Das war total dumm, sorry. Jetzt hättest du noch Stil mit. Hätte ich das erwartet, dann hätte ich meine Axt nicht geworfen. Smaragd für ein... So, hier mache ich jetzt gar nichts. Aber wie macht's denn dein Olaf da? Da hättest du nicht gemacht. Dein Olaf ist Masu. Hä? Nidali Mitte, okay. Was zum... was ist Masu? Ja. OP, Motherfucker-Range. Ach, den spiele ich auch gern. Oh, er schockt das an, Alter. Fick dich, gestern, du hässlicher... Ohne Witz. Guck dir den Damage an. Guckst du dir an? Oh, Malfight ist hier. Hallo, Digga. Malfight-Support. Oh, die Ash sieht ja mal gut aus. Ich werde wahrscheinlich oft top ganken. Fähle ich dir, Alter. Ich hasse den. Ehe so unrealistisch, dass er seine Lanze über 20 Meter wegschmeißen kann, dass die dann wieder zurückkommen. Er schmeißt die ja nicht. Ausfahrbar. Oder sowas. Ah, Fick dich, du. Na. Der rafft auch nichts, Attack. Der schlecht. Es geht. Hält sich in Grenzen, denke ich mal so. Gehen wir mit einem Ren? Ja. Warum? Wir waren doch eben über 10 Leute, oder nicht? Ja, keine Ahnung, weil die alle nicht spielen. Nein, wir waren 9 Stück, 5 sind drunter und wir 4 sind hier. Was mit Norman? Der wollen gehen. Die wollten irgendwie von dem eine Runde gecarried werden. Ja, die wollen alle nur gewinnen, deswegen. Das ist alles top. Okay. So, ich mache jetzt Golems und dann gebe ich mich mal so Richtung top. Hä? Wir kriegen ja einen Erfahrungsbonus, ne, durch Siljan. Voll vergessen. Merke ich irgendwie nichts von. Nice. Merke ich da schon von, schon was von. Irgendwie immer gleich, ich bin fucking heftig. Guck mal, er hat ein Item, hat 106 AD. What the fuck? Hm. So, ich mache 1200, dann komme ich. Ja, der Aros ist ganz okay. Voll. Damage. Ich schlag meine Freundin gleich nicht auf, hier zu schreiben. Ich weiß, ich kann auch noch umzocken, wenn. Behinderte. So, ich komme jetzt. Warte, nein. Nein, nein, nein. Meint der jetzt mich? Nein. Ich bin hier voll verwirrt. Ich weiß nicht. Ich schreibe mir auch zu dem Felsen, deckt man scheiße Leute. Das checkt sie anscheinend nicht. Ich schreibe noch weiter, anstatt man aufzuhören. Oh, bist du schnell. Kannst du kommen, Luster? Genau, ich komme jetzt. Ähm, wie dringend brauchst du Blue Paddy? Geht so. Ist okay. Willst du den zweiten haben, oder den dritten? Bums. Bums. Alles klar. SS. Komm, jetzt mal top. Noch ein bisschen zu. Zeig dich nicht. Fuck, der kommt. Bleibst du stehen? Mein Nieser Wichser. Wir sind noch auseinander. Aber danke. Schleichteres Spiel. M.S.S.B. Oh ja, der weiß, dass ich noch da bin. Alter, jetzt habe ich den zwei Last Hits versaut. Junge, Junge, Junge. Hallo, ein Deutscher, Robert. Ich denke mal. Oder in welcher Sprache gibt es das Wort Junge noch? Loy, wieso hat er ihn nicht getroffen? Läuft der Olaf einfach einen anderen Weg? Hasse ihn. Mit Clyde. Nein, ich kann mir keine Schuhe leisten. Was soll das? Das ist traurig. Das ist echt traurig. Scheiß Supporter. Fuck. Party hard. Ich weiß nicht, er hätte nicht beide gleichzeitig slonen sollen. Ja, Ash-Holt ist eben scheiße stark. M.S.B. Mitte und top sind es es. Das habe ich schon mal gesagt. Na ja, ich schacke noch nichts gegen dich. Ok Gott, der es ist, also Ash. Okay. Ich gebe jetzt in der Mitte einen Blue und dann komme ich zum Top. Gut, ist gut, ist gut. Gut, danke. Sehr stark. Pass auf, Nidali kommt. Ich habe den Flash wenigstens rausgelockt. Hat sich gelohnt. Dafür, dass der mal eben zwei Level über mir ist. Laphir für Göttlichkeit. Guck mal Mitte, aber hier ist wahrscheinlich eh gebaut. Aber man kann es ja versuchen. Klopp. Ja, scheiße. Schade. Was war denn das jetzt, Perry? Dann, deshalb. Guck. Ja, ich weiß, dass du deine Ultern hattest, aber trotzdem. Der Dangle war top. Hat Ulti raus. Ja, ich hatte weniger Live als mit der Ult. Ach so. Ah, I understand. Ich habe ja dadurch nicht meinen Blue-Buff oder so verloren. Ich gehe lieber runter. Bill hat keine Ultern. Gaben hat auch keine Ultern. Ferti. Alles gut. Aber ganz knapp noch gute. Ja, ich muss jetzt hier weg. Sonst verreckt mein Bot noch. Meule Bot. Na lol. Nidali. Alten sind in der Mitte. LOL. Ihr hattet zu 100%... Ach so, das war... Ich wollte schon sagen, die Ash-Ult hat doch getroffen. Oder lass dich killen. Wäre ich eh gestorben. Ist tot, Mann. Ja, ich meine, ich wäre eh gestorben. Deswegen gut, dass du deine Ult drauf gemacht hast. Ich hab mal früher gewusst, da wäre ich nur drauf gegangen. Ähm... Malfight ist ja das. Wieso hat gefühlt, dass sie bei mir im Jungle sind. Was so gemacht hat. Top Mist, er ist auch sofort tot. Hast du ihn gekillt? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was? Was? Was ist das? Was? 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 Oh? Was?